Die Beschleunigung verstehen, so wie die griechischen Mathematiker und Philosophen oder später eine Renaissance der Große Galileo Galilei es seinen Studenten im Auditorium erklärt haben mag. Auch wenn die Bewegungsgesetze zu den Grundlagen der Physik gehören, also in die Sek 1, so bereiten uns die Zusammenhänge der Bewegung immer wieder Verständnisprobleme. Ganz einfach, weil diese bereits an die Grenzen unserer menschlichen Vorstellungskraft stoßen. Welcher Physiklehrer erklärt seinen Schülern denn, dass beim Wegzeitgesetz die Geschwindigkeit einerseits konstant, bei der Beschleunigung dann aber eine Variable darstellt? Das sind zwei grundlegend verschiedene Vorstellungsbereiche, die auch in diesem Video wieder kontrovers diskutiert werden können. Aber los geht's mit der einfachen gleichförmigen Geschwindigkeit. Je mehr Zeit ein Gegenstand benötigt, desto mehr Weg legt er zurück, falls die Geschwindigkeit gleichförmig, also konstant ist. Das kann sich jeder vorstellen. Diese direkte Proportionalität bereitet noch keine Probleme. Natürlich sollte man bei einer variierenden Geschwindigkeit, zum Beispiel auf unterschiedlichen Wegen oder Straßen, den Durchschnitt mittels der Differenzwerte berechnen. Es gibt also nicht das Wegzeitgesetz, sondern verschiedene Formulierungen. Soweit klar. Grafisch wird dieser einfache proportionale Zusammenhang mittels eines Diagramms einleuchtend. Eine beschleunigte Bewegung allerdings lässt den Weg in eben diesem Diagramm stark ansteigen, besser gesagt immer stärker ansteigen oder immer größer werden, aber nicht exponentiell, sondern irgendwie anders. Und genau das wollen wir nun genauer untersuchen und mathematisch herleiten. Wenn die Kurve im Wegzeitdiagramm eine Parabel ist, dann ergibt sich für den Anstieg der Geschwindigkeit analog im Geschwindigkeitszeitdiagramm wiederum eine Gerade. Aber dies setzt voraus, dass die Geschwindigkeit mit der Zeit immer schneller wird, aber nicht schneller schneller, also exponentiell, sondern ganz einfach proportional schneller, also je mehr Zeit, desto größer die Geschwindigkeit. Das hätte Galileo seinen Studenten lediglich mit einem Experiment nachweisen können. Denn wieso sollte dieser Zusammenhang ausgerechnet so lauten? Er scheint also zunächst wie eine willkürliche Festlegung. Mit dem Experiment der Pfeilschnur hätte Galileo allerdings visualisieren können, dass die Zeitabstände konstant sind, solange der Abstand der Pfeilkugeln quadratisch zu dieser Zeit wächst. Und durch dieses einfache und bekannte Experiment ergibt sich dann der proportionale Zusammenhang von der Geschwindigkeit zur Wurzel aus dem Weg, der Strecke oder den Abständen der Pfeilkugeln der Pfeilschnur. Und an dieser Stelle hat Galileo seinen Studenten gezeigt, dass man diesen Zusammenhang wunderbar visualisieren kann mittels einer schiefen Ebene, wo eine Kugel von einer gewissen Höhe rollt oder fällt. Und mittels der Superposition der Endgeschwindigkeit, welche die Kugel eine gewisse Strecke in waagerechter X-Richtung fallen lässt oder wirft. Die Anfangshöhe steht dabei für den quadratischen Weg, also in Y-Richtung gedacht, und die Wurfweite steht für die Geschwindigkeit, da diese ja in X-Richtung waagerecht proportional zum Weg in X-Richtung wächst. Ein geniales Experiment, eine Visualisierung des quadratischen Zusammenhangs der Geschwindigkeit zum Weg, bei einer einfachen gleichförmigen Beschleunigung. Da dies gezeigt wurde, kann man nun auch mathematisch das Fallgesetz herleiten, aus der intuitiven Erkenntnis des Zusammenhangs der Geschwindigkeit zum Weg. Multipliziert man mit der Zeit t, dann ergibt sich die Proportionalität. Integriert man aber und behält sich eine konstante g vor, dann gelangt man direkt zu dem bekannten Fallgesetz, wobei g die Fallbeschleunigung darstellt. Genial einfach. Aber wo war nochmal gleich das Problem? Ja, genau. Anstelle der Geschwindigkeit habe ich einfach in der ersten Zeile v gleich s durch t eingesetzt. Aber ist die Geschwindigkeit denn nicht variabel? Zum gewissen Zeitpunkt t ist aber die Geschwindigkeit so anzunehmen und zumindest funktioniert es. Und nun darf man den Schülern den Zusammenhang aller bekannten Bewegungsgesetze mittels Integration und Differenzation zeigen.